Und wieder grüße ich euch Freunde auf meinem Kanal, hungriger Mann. Heute ist eine ungewöhnliche Pizza in Form einer so interessanten Rolle, in der wir Wurst, geräuchertes Fleisch, Käse, Tomaten, Gurken haben. All dies haben wir mit Ketchup geschmiert, Blätterteig verwendet und so ist die Schönheit, die wir bekommen haben. Probieren wir es aus und gehen mit Ihnen durch unser Videorezept. Die Pizza-Jungs haben einfach sehr gut geklappt. Auf Ihre Gesundheit! Lassen Sie uns unser Videorezept beginnen. Für den Anfang nehmen wir Blätterteig, den Sie in jedem Geschäft kaufen können. In diesem Fall hatte ich einen Blätterteig von 800 Gramm, den ich aufgetaut und ungefähr 10 Zentimeter in Bänder geschnitten habe, das Mehl gegossen und mit seinem Nudelholz ausgerollt habe, damit es etwas dünner wird, da das Blatt, wissen Sie, Blätterteig dick ist. Ich habe es mit einem Nudelholz gerollt, damit es dünner und elastischer wird, um unsere Pizza weiterzubereiten. Ein Stück hat nicht funktioniert, ja, aber wir haben es trotzdem ausgerollt. Dann nehmen wir eine Wurst, in diesem Fall hatten wir eine gekochte Wurst, die ich in zwei Hälften geschnitten und in so kleine Halbringe geschnitten habe. Ich habe auch Hartkäse geschnitten, die Tomaten in Halbringe geschnitten, die grüne Gurke in ordentliche Ringe geschnitten, damit dies unsere Zutaten sind. Dann schmierte ich es mit Ketchup ein, wir schmieren unsere Blätter, unsere Teigstreifen. Hier habe ich mit einem Gummispatel gleichmäßig über das ganze Blatt verteilt und dann fangen wir an, unsere Wurst auf einer Seite zu legen, dann legen wir Tomaten, Käse, Gurken auf die Wurst und wickeln sie vorsichtig wie einen Umschlag ein und rollen dann unsere Minirolle auf. Hier ist eine Minirolle, die wir für Pizza bekommen. Dann machen wir es wieder mit dem nächsten Umschlag, so wickeln wir es ein, halten es auch vorsichtig mit den Händen fest, da der Teig bereits gut aufgetaut ist, er beginnt bereits, die Form anzunehmen, die wir ihm geben. So wird es mit einem Umschlag vorsichtig wieder aufgerollt. Ja, weißt du, ich habe buchstäblich 300 Gramm Würste genommen, aber es fehlte mir und ich musste ein geräuchertes Bruststück in Scheiben schneiden. Siehe auch, ich habe das geräucherte Bruststück in so schöne Rechtecke geschnitten, in Würfel geschnitten und das geräucherte Fleisch wieder verteilt, mit einer Tomate, einer Gurke und einem Hartkäse belegt. Das ist so schön. Dann falten wir unseren Umschlag wieder zusammen, wir decken unseren Inhalt ab und falten ihn ordentlich, falten ihn ordentlich zu einer Rolle. Das ist so schön. Dann legen wir sie auf Pergamentpapier, nehmen das Ei und fangen an, unsere Oberfläche mit einem Ei zu schmieren, damit es uns eine schöne gelbe, gebackene Kruste gibt. Dann fangen wir an, alles mit Sesam zu dekorieren. Wir nehmen Sesam und gießen vorsichtig einen Löffel darüber, damit unsere Pizza einen so pikanten Geschmack hat, den Sesam uns gibt und dementsprechend natürlich eine solche Schönheit. Dann heizen wir den Ofen auf 180 Grad auf und senden es für etwa eine halbe Stunde, 40 Minuten, wir senden es, um unsere Pizza zu backen. Das ist so schön. Hier ist diese Schönheit, die wir bekommen haben. An einigen Stellen ist der Käse natürlich geflossen, aber nichts, es hat sich als sehr lecker herausgestellt. Ich empfehle jedem, es zu versuchen. Allen guten Appetit und bis zu neuen Treffen!